Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik und diese schreitet immer weiter voran. Nun hat meine Beste schon gesagt, kaufe dir endlich einen Computer und gehe ins Internet. Und jetzt sitze ich hier vor dem Scheiß und ich habe gar keine Ahnung davon. Hä? Bin ich schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das. Mit dem AOL Internet Startpaket und den ersten 50 Stunden gratis. Drin.